Musik Ich habe Angst, wir werden untergehen. Alles wird gut, da wo wir hingehen, sind wir sicher. Ich vertraue meiner Schwester, sie tut das Richtige. Hoffentlich wird alles gut. Ich weiß noch, wie es angefangen hat. Wir rannten aus der Schule und hinter uns explodierte alles. Ich nahm meinen Bruder an die Hand, packte meine wichtigsten Sachen und rannte los. Wir hielten erst wieder an, als wir im Schiff waren. Wir wünschen uns doch einfach eine normale Kindheit. Musik Kinderrechte werden überall auf der Welt verletzt. Jeder kann helfen. Schaut nicht einfach weg. Was machst du? Untertitelung des ZDF, 2020